So, ich gebe es zu, das ist nicht unbedingt das kreativste Intro, was ich jemals gemacht habe, aber mehr fällt mir jetzt gerade nach dem ganzen Whisky von Horst Lüning gestern Abend auch nicht ein. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und wir gehen diese Woche, liebe Kapitalisten, mal so ein bisschen wieder zurück aus Polen nach Deutschland und zwar nach Berlin, meine Heimatstadt. Dort wurde nämlich im Jahr 2011, würden wir Berliner sagen, das Unternehmen HelloFresh gegründet und zwar von Dominik Richter und Thomas Griesel. Und die beiden jungen und dynamischen Gründer haben sich damals gedacht, passt mal auf, es gibt zwar jede Menge Pizzen und irgendwelche Burger oder Tortellini, die man sich nach Hause bestellen kann, aber irgendwie ist noch keiner so richtig auf die Idee gekommen, mal auch was für die gesunde Küche zu tun und den Leuten beizubringen, dass sie sich zu Hause auch die Sachen liefern lassen können, um dann selber zu kochen. Das bedeutet, du musst zwar immer noch selber kochen, musst aber nicht mehr irgendwie dich in Stau stellen, um dann zum Supermarkt zu fahren, dort alles selber zu suchen, sondern wir schicken dir fertig portionierte einzelne Speisen, die du dann einfach nur noch nach Rezept nachkochen brauchst und die richtig gut schmecken und sogar noch gesund sind. Das Ganze als Abo ist eben die Idee von HelloFresh. Ja, schauen wir mal ein bisschen noch in die Vergangenheit zurück. 2012 kam natürlich da Rocket Internet dazu, um eben ein bisschen Kapital zu geben. Es war damals, wenn man sich so ein paar Interviews auch mit den Gründern anschaut, noch so ein bisschen wie bei Amazon, die haben am Anfang erstmal die ersten zehn Kunden, da haben sie die Boxen noch alle selber verpackt und dann versendet, aber irgendwann brauchst du natürlich hier ein richtiges Fulfillment Center und du brauchst natürlich, gerade wenn du im E-Commerce-Bereich physische Produkte und so weiter versenden willst, brauchst du natürlich auf irgendeine Art und Weise eine Finanzierung. Und die ersten kamen dann vor allem durch Rocket Internet, ja, den Inkubator. Und dann 2014 ging es nochmal in einer nächsten größeren Finanzierungsrunde darum, dann 50 Millionen an Funding nochmal aufzusammeln. Und im Jahr 2015, ja, kann man sagen, war auch schon so ein ziemlicher Durchbruch, 250.000 Menschen hatten schon den Subscription Service von HelloFresh zu diesem Zeitpunkt abonniert. Und dann hat man nochmal 75 Millionen Euro am Markt einsammeln können, was dann zu einer Bewertung von 2,6 Milliarden Dollar geführt hat. Also dann auch ein Unicorn-Status in diesem Zeitraum schon erreicht wurde. 2017, da war dann natürlich dann der Börsengang. Er wurde ja auch schon davor einmal angesetzt, wurde dann aber abgesagt. Da gab es auch unter anderem ja mit Blue Apron, dem großen Konkurrenten, all richtige Probleme auch am Markt und gab aber auch noch andere Gründe. Ich will jetzt nicht zu viel darauf eingehen. Jedenfalls 2017 kam dann tatsächlich der Börsengang im November und man hatte dann zu diesem Zeitpunkt schon 1,3 Millionen aktive Kunden. Was genau ein aktiver Kunde ist, das definieren wir auch noch in diesem Video. Also unbedingt dranbleiben, denn das ist ziemlich wichtig und essentiell auch noch fürs Geschäftsmodell. Ja, dann 2018 hat man noch einen anderen Zukauf getätigt, nämlich Green Chef. Das war ein anderer Anbieter, der sich aber vor allem auf diesen Organic-Biomarkt hier konzentriert hat. Schauen wir uns ein bisschen noch gleich zu Beginn, damit es ein bisschen würziger wird hier bei unseren Gerichten. 2019 den Umsatz an 1,8 Milliarden Euro Umsatz. Ja, also Respekt für diese Leistung allein schon und ein Gewinn von 1 Millionen Euro Verlust. Ja, also kein Gewinn, sondern ein Verlust. Das Unternehmen ist also noch nicht profitabel bis dato, aber, ja, würde jetzt der Dominik Richter wahrscheinlich sagen, Moment mal, Kolja, erstes Quartalsergebnis hier war positiv. Wir rechnen schon mit einem Gewinn von 120 Millionen Euro im Jahr 2020. Ja, das heißt, das Unternehmen hat im ersten Quartal, seht ihr später auch noch, den Sprung in die Profitabilität geschafft. Was aber auch, wenn ich mir jetzt schon mal dieses kurze Urteil erlauben kann, in einer aktuellen Wachstumsphase, wo man den Umsatz jedes Jahr dramatisch steigern kann, noch nicht ganz so wichtig ist für ein Unternehmen, finde ich. Ja, hört euch mal das Hörbuch von Nike damals an. Da hat das Unternehmen auch noch keine sonderlich krassen Profite am Anfang erzielt. Ja, kommen wir jetzt mal zum Geschäftsmodell. Also, der Gründer sagt, dass wir 90 Mahlzeiten im Monat ungefähr konsumieren, ja, und dass HelloFresh natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen sehr großen Anteil irgendwie von allen Mahlzeiten hat, dass man aber natürlich als Unternehmen, welches nachhaltig agiert und auch wirklich sich für gesunde Ernährung einsetzt, zum Beispiel auch in Kooperation mit Jamie Oliver, dem berühmten Koch, der dann zum Beispiel so Rezepte für HelloFresh Kunden herstellt und man dann zum Beispiel anhand von seinen Rezepten auch die Kochboxen zum Beispiel dann auswählen kann und so. Und dass sie halt eben einen höheren Anteil noch an diesen 90 Mahlzeiten pro Monat haben. Wie viel Anteil sie genau haben, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Denn die Kochboxen, die man wie gesagt im Abo bestellen kann nur, du kannst also nicht einfach nur sagen, ich möchte jetzt nur eine Box haben und so, sondern es ist immer ein Subscription Service, den du natürlich aber jederzeit auch kündigen kannst. Es gibt ja auch andere Anbieter, zum Beispiel Marley Spoon oder so, wo das dann eher so auf diesen Einmalbestellungen basiert. Das aber meiner Meinung nach aufgrund auch der ziemlich hohen Kosten, die man natürlich am Anfang bei so einem Geschäftsmodell auch hat, in der Kundenakquise unter anderem, nicht so unbedingt ein dauerhaft wirklich nachhaltiges Modell ist, wenn ihr mich fragt. Da finde ich so ein Abosystem auf jeden Fall schon viel, viel, viel besser. Und aktive Kunden sind laut HelloFresh alle Kunden, die mindestens einmal im Quartal bestellen. Ob das jetzt ein wirklich fairer, aktiver Kunde ist, das muss eigentlich jeder von euch selber bestimmen. Ich würde sagen, okay, aktiver Kunde, der sollte eigentlich wirklich so mindestens einmal im Monat bestellen, um ihn jetzt wirklich als aktiven Kunden zu bezeichnen. HelloFresh selber sagt, einmal im Quartal reicht ungefähr aus, um als aktiver Kunde zu gelten. Und diese Anzahl der aktiven Kunden ist eben stark gestiegen, von letztem Jahr auf dieses Jahr, mittlerweile auf 4,18 Millionen weltweit. Und wie oft bestellen die denn jetzt ungefähr? Average Order Rate, die liegt ungefähr konstant bei 3,5 Mal pro Quartal, wenn ich es komplett richtig verstanden habe. Das heißt, aktuell könnte man sagen, okay, einmal im Monat erreichen sie tatsächlich, sogar ein bisschen häufiger, diese Zahl. Und das würde halt eben bedeuten, okay, das ist ein aktiver Kunde tatsächlich, der hier einmal im Monat ungefähr so eine Mahlzeit für sich oder sogar für seine ganze Familie bestellt. Und das ist nämlich ein weiterer Vorteil von diesem Geschäftsmodell. Nicht nur, dass es ja insgesamt ein wachsender Markt ist, so dieses ganze organische Bio, nicht nur das, aber allgemein einfach der Trend, weniger Alkohol, obwohl Alkohol nicht unbedingt weniger, ja, aber weniger Rauchen und mehr gesunder Lifestyle und eben auch, dass Leute zum Beispiel als Event halt eben natürlich auch zu Hause kochen können mit Freunden und so weiter. Das ist natürlich schon ein absoluter Trend. Es gibt es ja sogar auf Twitch schon immer mehr Streamer, die auch anfangen zu grillen und zu kochen und so weiter. Ich bin bei Twitch allerdings auch schon aktiv, allerdings noch nicht als Koch. Koch, kochen mit Kopf kommt vielleicht noch irgendwann, sondern ja, im Aktienanalysebereich. Ihr könnt mir also auch gerne auf Twitch folgen, wenn ihr so live Aktienanalysen auch mal sehen wollt. Und dann, ja, der Wert von so einer durchschnittlichen Bestellung liegt bei 47 Euro im Durchschnitt. 60 Prozent von den gesamten Kunden und somit auch Umsatz kommt aus den USA. Das heißt, besonders stark wachsen sie aktuell in den USA und 40 Prozent macht nur der Rest der Welt und dann vor allem halt Deutschland und andere Länder und so weiter aus, ja. 6.000 Mitarbeiter hat mittlerweile das Unternehmen, also auch hier natürlich stark expandiert. Und Ziel ist es auch laut dem Gründer Dominik Richter, dass man immer mehr von der Value Chain selber im Unternehmen nach und nach integriert, ja. Also, am Anfang ist es natürlich so, genau wie jetzt Jeff Bezos damals noch nicht sein eigenes Fulfillment Center hatte und die Pakete sogar teilweise noch selber zur Post gebracht hat, ist es so, wenn du als Startup gerade in der Wachstumsphase bist und du sagst, okay, wir wollen solche Kochboxen versenden, du weißt ja noch gar nicht, wenn du jetzt hier irgendwie so ein eigenes Fulfillment Center aufbaust und du weißt gar nicht, ja, wie groß muss das überhaupt sein? Holst du dir so eine riesige Halle und dann am Ende versendest du aber noch gar nicht so viel und das macht natürlich ein erhebliches logistisches Problem irgendwann auch, was die Kosten betrifft, die ja sowieso logistisch gesehen bei Nahrungsmitteln, die ja frisch sein sollen, höher sind als beispielsweise irgendwie Whisky oder anderen Dingen, die sich natürlich auch länger halten. Wie ich jetzt ausgerechnet auf Whisky komme, frag mich lieber nicht. Ja, und deswegen haben sie am Anfang natürlich noch mit anderen Partnern und Fulfillment Center zusammengearbeitet, aber laut eigener Aussage wollen sie jetzt eben mehr von der Value-Kette nach und nach selber in den Unternehmen, ins Unternehmen integrieren, bis sogar hin zur eigenen Produktion, ja, interessanter Ansatz. So, und ich persönlich habe euch jetzt auch mal eine kleine Kochbox hier zusammengestellt und zwar hier unten und zwar mit so ein paar wirklich wichtigen Fragen bezüglich des Geschäftsmodells, wo ich mir auch Gedanken schon mache im Kontext auch der Bewertung. Und zwar einerseits, wir haben einen wachsenden Markt, ja, und wir haben ein Abosystem, was generell eigentlich immer eine sehr gute Idee in der heutigen Zeit ist, weil wenn du loyale Kunden schaffst aufzubauen, die dir einfach regelmäßig Geld zahlen, hast du halt einfach ein wirklich kalkulierbares Geschäft, was du wirklich dauerhaft sehr, sehr schön auch skalieren kannst. Und du hast zusätzlich eben auch einen Warenkorb, den du halt wirklich, ja, hoch ansetzen kannst, weil eben Lebensmittelkosten, wenn du das Ganze jetzt auch mal zum Beispiel vergleichst, du guckst auf die Webseite, normalerweise, ich kann das ja mal kurz einblenden, du meldest dich ja zum Beispiel bei Facebook an, dann kannst du so auswählen, ob für Familie oder Single-Haushalt und wie oft willst du pro Woche beliefern und dann guckst du erstmal auf den Preis und denkst erstmal, boah, ist der ganz schön teuer. Aber du musst es ja, wenn du es fairer vergleichen willst, auch damit vergleichen, okay, wie viel Zeit brauchst du denn normalerweise, um beispielsweise in den Supermarkt zu gehen, da hast du noch irgendwelche Spritkosten und andere Kosten, die du halt dort implementieren musst und die kannst du dir ja wiederum sparen. Das heißt, wenn du das dann alles zusammen vergleichst, hast du hier tatsächlich als Geschäftsmodell wirklich was Interessantes, weil du hast ein Abosystem und einen hohen Warenkorb mit einer Brutto-Mage darauf von ungefähr 60%, was natürlich wirklich interessant ist. Und auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch Risiken, zum Beispiel der Churn oder die Churn-Rate, das heißt, wie viele von den Kunden halt das Ganze wieder abbestellen, weil, und ich habe mir das folgenderweise gedacht, du hast natürlich immer auch so ein bisschen diesen Vergleich mit einem Fitnessstudio, wo man sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie bei McFit oder irgendwo anders Mitglied und gehe da aber gar nicht so oft hin, trotzdem zahle ich da brav irgendwie auch aufgrund meines Gewissens regelmäßig meine Beiträge, weil ich es auch irgendwie nicht nur für mein Gewissen tue, sondern weil ich auch es nicht so schmerzhaft merke, wenn da irgendwie jeden Monat irgendwie 17 Euro oder so abgebucht werden. Aber wenn sich auf einmal in meiner Küche irgendwo die Kisten alle stapeln und ich natürlich auch sehe, dass es viel Geld kostet und die dann im Zweifel sogar verschimmelt, ich sehe das jeden Tag, wenn ich rausgehe mit dem Hund und der Hund schon nicht mal mehr die Kisten anriecht, weil die irgendwie schon da vergammeln, dann bestelle ich das natürlich auch ab. Das heißt, diese Churn Rate, die muss man ganz genau im Auge behalten und da muss man auch wirklich aufpassen. Und dann Customer Acquisition Costs. Wie teuer ist es eigentlich, so ein Neukunde zu gewinnen? Ihr kennt wahrscheinlich auch noch diese Dutzende von Gutschein-Aktionen, die sie gemacht haben, also teilweise in der Vergangenheit ja auch sehr aggressiv das Produkt beworben, um natürlich auch erstmal so eine Bekanntheit zu erlangen, dass die Leute verstehen, was ist überhaupt HelloFresh? Und das ist natürlich nicht ganz billig. In einigen, ich glaube in den Lux-Ländern gab es sogar den Fall, dass die sogar Tür-zu-Tür-Werbung gemacht haben und das halt so tatsächlich sogar irgendjemand geschrieben hat, das sind die neuen Zeugen Jehovas oder so. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch, was den Versand von frischen Lebensmitteln angeht, auch einige Logistikkosten hier. Und das muss man natürlich immer so ein bisschen gegenrechnen. Gut, machen wir das Ganze doch mal. Wüsst ihr doch, was ich mir so zwischendurch auch gedacht habe? Genauso wie es ja für HelloFresh immer so wichtig ist, dass die Kunden aktiv bleiben, ist es auch bei dem YouTube-Kanal wichtig, dass die Abonnenten aktiv bleiben. Das heißt, wenn du ein aktiver Abonnent bist, zeig mir das Ganze doch mal, indem du hier diesem Video einen Daumen hoch gibst. Und es ist gleichzeitig auch dein Beitrag dazu, dass die Aktienkultur in Deutschland jetzt nicht durch die ganzen Skandale in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich habe jetzt gestern gerade wieder gesehen, dass wir bereits in den letzten 28 Tagen 11.200 Abonnenten dazugewonnen haben. Das ist vielleicht nicht ganz so viel wie HelloFresh, aber zeigt doch eben, finde ich, dass wir einen wichtigen Beitrag hier zur Aktienkultur leisten. Ja, und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, springen wir mal wieder zum eigentlichen Inhalt des Videos. Fresse halten, arbeiten. Was die Bewertung von HelloFresh angeht, würde ich euch an dieser Stelle auch unbedingt mal raten, auf die Investor Relations Seite zu gehen und euch dort so die Q1 2020 Ergebnisse mal als Webcast reinzuzimmern. Ja, da kriegt ihr dann auch einen besseren Eindruck so von den Ergebnissen. Wonach wird das Unternehmen eigentlich gesteuert? Weil das hier, was ich hier mache, ist natürlich immer nur so eine Form von Zusammenfassung. Aber positive Punkte. In den letzten fünf Jahren, schaut mal, ist das Umsatzwachstum phänomenal gewesen. 92 Prozent Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt. Ja, also nicht insgesamt, sondern im Durchschnitt. Piotrowski-Score sagt, fünf von neun Punkten, was auch auf eine sehr solide Bilanz eigentlich schließen lässt. Die haben zwar eine Verschuldungsquote von ungefähr 60 Prozent, schaffen es aber immer mehr, Cash jetzt auch im Unternehmen zu halten. Und da sind ein paar weitere positive Punkte. Wie gesagt, 38 Millionen Euro Gewinn jetzt erstmalig im Jahr 2020, im ersten Quartal. Und das auch nicht nur bedingt durch Covid-19, sondern vor allem auch daran, weil das Unternehmen es schafft, immer mehr die Marketingausgaben sowohl prozentual, aber auch absolut vom Umsatz her gemessen zu senken. Das heißt, im ersten Quartal 2019 waren die Marketingausgaben noch sage und schreibe bei 31,4 Prozent. Und da ist das Unternehmen jetzt viel, viel, viel effizienter geworden und brauchen nur noch 16,9 Prozent des Umsatzes für Marketingausgaben. Und das ist, wenn ihr mich fragt, einer der ausschlaggebendsten Punkte dafür, dass sie es auch jetzt geschafft haben, den ersten Gewinn zu vermelden. Und da kann man natürlich einfach nur sagen, Respekt an diese Leistung. Auch, was wir so deutsche Aktienkultur und so weiter gesagt haben, in den letzten Wochen so ein bisschen negativ beeinflusst von Wirecard und so, ist das auch ein tolles Ergebnis. Auch wenn man bedenkt, dass sie es sogar in den USA wirklich geschafft haben, den Markt dort wirklich zu dominieren. Es gab ja auch Konkurrenten wie zum Beispiel Blue Apron und so, die sind eigentlich jetzt komplett weg vom Fenster. Die hatten auch intern einige Probleme, aber HelloFresh ist einfach jetzt mittlerweile da so wirklich ein dominanter Player geworden und schafft es dort auch in den USA einfach mit noch besseren Lebensmittelmargen auch sehr, sehr, sehr gut, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Also Respekt für diese Leistung von meiner Seite aus, bestimmt nicht einfach in so einem wettbewerbsintensiven Markt. Was natürlich jetzt negativ auffällt, ist, dass sie jetzt noch keinen nachhaltigen Gewinn bisher bewiesen haben. Ja, Warren Buffett sagt ja immer, ein Unternehmen mit konsistenten Earning Power schon in der Vergangenheit und da bist du natürlich als Investor jetzt immer noch in dieser schwierigen Lage, um zu überlegen, okay, kann dieses Unternehmen denn dauerhaft das jetzt aufrechterhalten, dieses Momentum und immer mehr vom Wachstum auch tatsächlich für sich selbst und für die Aktionäre auch behalten, statt jetzt nur sozusagen alles für dieses Wachstum zu opfern. Auf der anderen Seite haben wir halt eben dieses Active Customer Problem, will ich jetzt mal kurz sagen, um zu sagen, ist es denn tatsächlich fair, das so genau zu definieren oder ist es nicht eine Kennzahl, die so ein bisschen gepimpt ist? Da gab es auch in der Vergangenheit immer mal wieder so ein bisschen Kritik auch von unterschiedlichen Quellen an dieser Definition von einem aktiven Kunden. Und auf der anderen Seite dann die Churn Rate. Es könnte halt eben passieren, dass andere Player, wie zum Beispiel Amazon, die ja auch in den USA mit Whole Foods sich eine eigene Supermarktkette einverleibt haben. Wir waren neulich selber mal in San Francisco in so einem Whole Foods Laden drin und da ist natürlich auch die Überlegung naheliegend, wenn jetzt Amazon sieht, okay, das ist ein Geschäftsmodell, was etabliert ist. Wir haben bereits die Supermärkte. Das bedeutet, wir haben natürlich auch Fulfillment Center über Amazon, die Logistik. Wir haben auch den Zugang zu allen möglichen Ressourcen und wir haben die ganze Erfahrung, hey, warum bieten wir nicht über Whole Foods dann direkt auch solche Pakete an, die wir dann auch noch über Prime und so weiter versenden können. Das heißt, das finde ich ist ein großes Risiko, dass Amazon sich eben entscheidet zu sagen, hey, wir machen das Ganze jetzt einfach mal auch mit und schaffen es dadurch dann eben wieder zum Beispiel hier die Churn Rate bei, hätte ich schon fast Piotrowski gesagt, bei HelloFresh nach oben zu treiben. Und das ist auch unter anderem bei mir jetzt ein Grund, warum ich zwar sage, Respekt an die Leistung, tolles Unternehmen, was sie hier aufgebaut haben und super, dass sie jetzt auch anfangen, hier echte Gewinne zu machen, aber ist mir halt dann doch zu unsicher. Das heißt, ich kaufe nicht, weil mir noch nicht der Burggraben so wirklich bekannt ist. Ja, sie haben eine gute Marke, sie haben sich gut etabliert, aber trotzdem ist es einfach meiner Meinung nach noch zu konkurrenzanfällig jetzt, um dauerhaft wirklich zu sagen, das ist keine Spekulation mehr. Es ist jetzt wirklich eine nachhaltige, nicht nur Produkt, sondern auch Investition für mich als Aktionär. Und deswegen werde ich aktuell die Aktie nicht kaufen, weil hier einfach noch zu viele Fragezeichen stehen. Und das ist ja das Tolle, was wir als Aktionär immer haben. Wir sind nicht irgendwelche Politiker, die in so einer blöden Lage wie Covid-19 irgendwie auch Fragezeichen haben und nicht wissen, was sie vielleicht tun sollten und dann aber trotzdem irgendwas tun müssen. Wir als Aktionär, wenn wir zu viele Fragezeichen haben, dann brauchen wir einfach nicht kaufen und fertig aus die Maus. Und deswegen interessiert es mich, was du natürlich von HelloFresh hältst. Vielleicht hältst du die Aktie auch schon länger, dann natürlich auch Gratulation zu der sehr guten Performance, die du mit HelloFresh wahrscheinlich gemacht hast. Und ansonsten, wenn du mehr dieser Videos sehen willst, dann kannst du einfach den Kanal hier oben oder unten irgendwo abonnieren. Vergiss auch nicht, die Glocke zu abonnieren. Ja, ist sogar kostenlos hier. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.